Willkommen zurück, Runde Nummer 4. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, das kriegen wir so schnell wie möglich beendet hier. Ob es die letzte Runde ist, glaube ich nicht. Der Ausstellte war das Auge der Helios, das wir unter Kontrolle bringen wollten, eigentlich das Auge des Zerstörers. Der Zerstörer? Du meinst diesen durchgeknallten Klumpen, Tentakel und Hass? Welchen anderen durchgeknallten Klumpen, Tentakel und Hass könnte ich wohl meinen? Teramopheus. What? Du bist ja hart. Zara war gar nicht so fies los. Keine Ahnung. Wie du meinst, Mann. Du bist der Allergrößte und sie hätte dich nie gehen lassen dürfen. Oh, danke. Aber die Dahl Corporation hat versucht, mich umzubringen. Überrascht mich nicht. Der Saffedon und die Lost Legion erscheinern keine Option, obwohl sie bereits lang genug festgesessen hatten, um völlig vom Erydium verseucht zu sein und nicht mehr von Dahl gesteuert wurden. Saffedon hat aber keine Tentakel, oder? Nein, keine Tentakel. Hä, wo bin ich denn? Nur die Lost Suit und einen starken Glauben. Irgendwo über mir. Ich will mal wissen. Guck mal her. What? Das macht One-Shot. Okay, der ist ja geil. Aber wie lange hat der Cool-Time? Ah, okay, da sehe ich den Cool-Time über meine XP-Leiste. Da seht ihr den Cool-Time von der Hand. Ich will mal wissen, wie hoch die Reichweite ist. Mache ich so ein Ding auch One-Shot? Nee. Nur leichte Gegner sind One-Shot, aber es macht gut Damage. Das hier aber auch da stehen bleibt, kommt doch mal her zu mir. Das wäre wesentlich leichter, anstatt ich euch hier jage. Das ist ein Ding, das ist ein Ding. Ich habe schon die erste Welle geschafft, aber das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe mir gar nicht so angezeigt. Oh, bist du One-Hit-Wächter? Oh, ne. Okay, so stark ist der Arm dann doch nicht. Schade. Dass nur das Schild weggeht, ist schon ein bisschen schwach. Gut, kann gut sein, vielleicht macht er auch eh Schaden. Das heißt, wenn er viele Gegner um mich herum hat, dann... Boah, gleich abrein. Ich werde fast ins Loch da reingeflogen. Wo bist du? Ach, so ein Füß ist das, okay. Ich bin leer geballert. Da ist einer. So. Welle Nummer 3. Da ist der erste Gegner. Unten oder oben? Unten. Komm her. Okay. Die Arena verändert sich auch ein bisschen. Da sollte ich, glaube ich, nicht reinfallen. Weiter so. Der Tod kam von oben. Braver Wolf. Na komm, versuch's wenigstens. Oh, was the fuck ist das? What the fuck, ey? Weißt du was? Jetzt komm ich zu euch. Okay. Na, 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 na. Irgendwo da. Unter mir. Komm hoch, komm hoch. Ernsthaft? Ist er abgestürzt? Ich hab's nur gehört. Und auch so ein bisschen gesehen, weil er da gegen die Kante geknallt ist. Toll, kein Schuss mehr. Okay, die Waffe ist doch gut. Oder? Ja, sobald die nah an der Kugel dran sind, kriegen die Schaden. Die Kugel macht... Ah, okay. Guck. Dum, dum. Und dann noch die Waffe wegwerfen dazu. Aber ich kann mit der Waffe nicht rennen, fällt mir gerade auf. Doch. Aber Shotgun besser. To Kaffte off. Das ist noch so einer. Unter mir oder oben? Nummer 1. Meine Skin. Keine Munition mehr. Sehr schön. What the fuck? Oh, bloß nicht. Ich brauche unbedingt eine Munitionskiste bald mal wieder. Oder sie droppen das einfach. Was zum Henker rechter Ponder? Was ist das denn? Für ein Vieh. Okay, den habe ich noch nie gesehen. Boah. Drops ohne Ende. Spitzende Arbeit, Leute. Simulation erfolgreich. Yeah, sauber. Bitte la... Also ich vermute, es sind fünf Runden, aber bitte lass es auch die fünfte Runde dabei bleiben. Langsam, ne? Ist genug. Kommt ein Skagg in der Kneipe und er wird gefragt, wieso machst du so ein Gesicht? Sagt der Skagg, Kammerjäger haben meine Familie hier umgebracht. Okay. Entschuldige, könntest du mir einen Gefallen tun? Ich möchte, dass du da reingehst und auf diesen Krono-Knopf drückst. Das könnte einen epischen Kampf einläuten, oder auch nicht? Ich suche kurz einmal nochmal alle Läden. Und dann muss ich einmal kurz ans Handy ran, weil das klingelt schon die ganze Zeit. Ich denke, man das hört, ja? Dann melde ich mich gleich zurück. Okay, willkommen zurück. Ich hoffe jetzt, dass es die letzte Runde ist. Oder was heißt willkommen zurück? Bin fertig jetzt damit. Und vom Inneren der Arena aus starten? Da gibt es einen Holo-Knopf. Mach damit, was man normaler... Und dann wart ihr in der Kammer, richtig? Ja. Also, in so einer Kammer kann sich so ziemlich alles befinden. Scheint so. Diese enthielt Wissen. Ein schreckliches Geheimnis, von dem ich wünschte, ich hätte es nie erfahren. Was? Der Krieger? Den haben wir sowas von gefickt. Ohohohoho. Komm ich denn da hoch? Da, ich sehe ihn schon. Von einem Ort zum anderen Sprenger? Ah, dachte ich mir schon. Ja, macht ihr schon so lange die Viecher kaputt? Ich sammle mal die... Die Schlüssel. Aha. Dachte ich mir schon. Mal zwei von drei. Wer macht noch nicht? Was? Da ist der dritte Schieber. Und zack. Oh Gott, ich verliere ganz viel Schaden. Das ist uncool. Ich kann mich hier nicht verstecken, doch jetzt. Hoop, ey. Geh mir nicht auf den Sack jetzt hier. Oh, ich darf den Schlüssel hier benutzen. Dann öffnet sich wahrscheinlich... Also, ich möchte nur ganz dringend empfehlen, Dinge ungeöffnet zu lassen, die man nicht öffnen sollte. Also, ich möchte nur ganz dringend empziehen. Siehst du das Licht? Bleib davon weg. Tut mir leid. Ich geh da hin. Ich bin ein Hologram und kann ich nicht körperlich davon abhalten. Aber geh jetzt nicht in das Licht. Ich weiß, das Licht sieht warm und einladend aus. Ist es aber wahrscheinlich nicht. Ein prächtiger Saalsoldat für die Troll. Danke. Danke. Ich bin dran gestorben. Entschuldige. Könntest du mir ein Gefall tun? Fuck you. So ein Scheiß... So ein Scheiß-Troll, ey. Und dann wart ihr in der Kammer, richtig? Ja. Also, in so einer Kammer kann sich so ziemlich alles befinden. Scheint so. Diese enthielt Wissen. Ein schreckliches Geheimnis, von dem ich wünschte, ich hätte es nie erfahren. Puh, der Krieger? Den haben wir sowas von gewickt! Was sind denn das für Ausdrücke, junge Dame? Du meinst also, Sabedon hätte den Mond zerstören sollen und die Kammer gleich mit? Nein. Es ist zwar verlockend zu glauben, wie kann man sie zerstören, wäre der richtige Weg gewesen. Aber ich glaube, es war nur der einfachste. Der einfachste Weg ist nicht immer der richtige. Nicht wahr, die T? Ich öffne das Ding, aber ich werde da nicht ins Licht nochmal reingehen. Also, ich möchte nur ganz dringend empfehlen, Dinge ungeöffnet zu lassen, die man nicht öffnen sollte. Siehst du das Licht? Bleib davon weg! Ja, glaube ich jetzt auch. Ich bin nur ein Hologramm und kann ich nicht körperlich davon abhalten, aber geh jetzt nicht in das Licht! Bleib weg vom Licht, ja, das steht auch auf der Quest. Ich weiß, das Licht sieht warm und einladend aus, ist es aber wahrscheinlich nicht! Halt die Klappe jetzt, ich weiß, dass ich da nicht rein, das habe ich letzte Runde versucht. Los, wir Drohnen! Irgendwas trifft mich hier. Okay, ich glaube, wenn die eingefroren sind, dann ist die Hand OP. Welle geschafft. Wahrscheinlich, wenn das Licht, also wenn ich das geschafft hätte, komme ich da nachher hin. Okay, aber ich sehe gerade, dass die Viecher jetzt auch 32 sind, also wird es ein bisschen schwierig. Wenn die Gegner immer diese Laserwaffen haben, sind die total krass. Der andere ist unter mir. Halt! Oh, fuck! Munition ist schon wieder knapp. Munition, Munition! Bitte, 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 bitte! Nein, nein! Da ist Munition! Okay, weiter geht's. Da unten sind ein paar Power Suits. Nein, hör auf, nicht zu blocken! Okay, das... Die Säge ist zum Glück nicht offen. Die Säge ist zum Glück nicht offen. Und da fliegen sie! Die Säge ist zum Glück nicht offen. Oh, 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 oh. Autsch. Okay, Welle 2 geschafft. Können die neuen Gegner kommen. Hinter mir. Da unten. Alter. Ich will die, äh, den Scan auf jeden Fall haben. Aber das ist halt ein DLC-Skin. Muss ich mal gucken, dass ich den... Hä, ich bin immer noch voll? Halt so. Was sind das für Dinge? Unter mir. Wow. Also die Kugeln, wenn sie mich treffen, dann... ...lieg ich so komisch runter. ...warte kurz. Zack. So, die Hälfte haben wir schon hinter uns. Nein, Wächter, die auch noch unsichtbar machen. Ah, die Säge ist wieder da. Halt. Halt. Wächter. 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 Hatz! Diesmal fliege ich hier... Boah! Boah, die Fische wieder. Man muss hier wieder so ein Ufer oder wie die nennen... sich nennen. Da hinten ist er. Boah, keine Chance noch, ne? Oh, Munition, Munition, Munition. Yes! Immer noch Welle 3? Jetzt kommt Welle 4. Okay. Jetzt geht's Schuss mal. Das war's für heute. Ich brauche keine Heilung, ich brauche Munition. Ich habe fast alle Kästen offen. Ah, da ist was. Irgendwo hier unten? Ah, ok, gefunden. Was? Was? Die Schweine können sich auch noch unsichtbar machen. Nein, 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 boah. Äh, 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 äh. Okay, und jetzt? Du bist unwichtig. Da ist er. Und das war's mit meiner Munition schon wieder. Und das war's mit meiner Munition. Irgendwo unter mir ist der. Und das war's mit meiner Munition. Und noch einer? Bist du der Letzte da? Wo auch immer du dich versteckst? Da hinten. Oh. Yes! Komm jetzt wieder zu mir. Dann mach ich die nächste Simulation fertig. Was? Oh, ernsthaft jetzt, ne? Bitte. Das waren fünf Runden. Du willst wirklich noch eine sechste machen. Und wahrscheinlich... Nee, nee, nee. Die hat schon so ewig gedauert. Ich find, das reicht jetzt. Und, wie ist es? Klauderst du gerne? Ich sorge dafür, dass sie erfahren, dass der Erste kein Zufall war. Hm, aber die... Och, nee. Die Badass-Runde. Ist das die letzte denn? Das war's dann so in etwa. Okay, cool. Den Rest erledigen wir. Welchen Rest bitte? Du gehst da wieder rein? Du bist ein wirklich tapferer, dreidimensionaler, lichtholographischer Held. Gut. Aber die Badass-Runde... Die werde ich dann im nächsten Part machen. Ich brauche erstmal eine Pause. Also, bis dann. Ciao.